Na gut, na gut, ausnahmsweise mache ich für euch mal einen Video über das Feuerwerk und zwar Ostsee im Flammen in Krömitz. Der begann schon ab den 26.08.2022 und begann um 22.45 Uhr. Ich werde es euch mal alles im Komplette zeigen und das schöne Klassefahrt und so weiter hat mir auch ganz toll gefallen. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Feuerwerk in Ostsee im Flammen. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Feuerwerk in Ostsee im Flammen. Ich dachte, ihr wird change, aber ihr warst nur ein Traum. Hier, wir all turn away now. Wir all worry, wir stoppen auf diese Stadt. Hier, wir all don't come away now. Wir all worry, wir stoppen auf diese Stadt. Oh, ihr macht immer noch nicht ins Wohl's Things. Ich habe deshalb schon gesagt, ihr will das NEW Focus. Und dann wünsche ich euch an ihnen die Stadt Untertitelung des ZDF, 2020 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 I'll be right here, hold my hand Hold my hand, hold my, hold my hand, hold my hand I'll be right here, hold my hand I know you're scared that your pain is set perfect But don't you give up on yourself I'll be right here, hold my hand I'll be right here, hold my hand, hold my hand I'll be right here, hold my hand I'll be right here, hold my hand I heard from my heavens Every time you come around, you know I can't say Every time the sun goes down, I let you take control I can't feel the paradise before the world ain't even close And tonight had something wonderful I'll be right here, hold my hand 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 We're bad at everything for you 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 We're evil We're bad at everything for you Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's.